1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Ja ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Wir haben heute Montag, Montag heißt Freitemennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Ihr müsst nur diese Nummer hier wählen, 0800 220 50 50. Und dann unterhalten wir uns über das Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Gunnar hat angerufen. Gunnar ist der Erste heute Nacht und Gunnar ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Ja. Hallo Gunnar, um was geht's? Bei mir ist folgendes. Alle meine Freundinnen und auch meine Freunde sagt, seitdem ich auf dem Friedhof arbeite, also ich buddle da die Leichen ein, wäre ich total abgestumpft. Wie lange arbeitest du denn schon da? Jetzt sind es drei Jahre. Drei Jahre. Das heißt, du bist ein klassischer Totengräber. Ja. Das heißt, du hebst die Gräber aus. Ja. Du bettest aber auch. Ja, erzähl du mal, was du alles machst. Also ich heb das Grab aus, lass den Sarg runter und buddel das Grab wieder zu. Ja. Musst du auch Umbettungen machen. Müssen wir auch machen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ist es so? Es ist alles ein bisschen schwierig. Wo ich angefangen habe, ich habe auch nie damit gerechnet, dass da in den Gräbern noch alte Knochen zu finden sind oder Schädel oder sowas. Ach so, in denen die neu ausgegraben werden. Ja, genau. Weil das Gräber sind, die schon vor Jahrzehnten oder noch längerer Zeit mal benutzt worden sind. Ja, genau. Gunnar, mach mal bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Das habe ich alles auch. Ja, ich höre nämlich mein Echo im Hintergrund. Na, egal. Weil diese Knochen dann noch nicht verwest sind, findet man, oder verkommen sind, findet man die beim Ausgraben. Ja. Was macht man damit? Ich weiß nicht, ob ich das erzähle. Warum nicht? Also der Sand wird ja aufgehäuft, weil das ja wieder ins Grab reinkommt. Ja. Und da werden die Knochen wieder reingetragen. Ach, die kommen dann quasi auf den neuen Sarg drauf. Ja. Das wissen natürlich nicht die Angehörigen dessen, der da gerade bestattet wurde. Nein. Weil das wird ja alles abgedeckt und so. Da sieht man ja auch nichts von. Ja. Was ist für dich das Schwierigste an dieser Arbeit? Das Schwierigste der Umbettung und auch wenn man mal so, so manchmal hat man da, da findet man fast alles bis auf Finger und kriegen die wieder da, also an Knochen. Haben. Das habe ich auch schon gehabt. Du machst das drei Jahre, arbeitest seit drei Jahren auf dem Friedhof. Ja. Was war das Widerlichste, wenn man das so sagen kann, das für dich schauderhafteste oder vielleicht auch ekelhafteste, was du bisher erlebt hast? Das ekelhafteste war, wir mussten ein Grab ausheben und von nebenan war der Sarg verrutscht. Also im Nebengrab war der Sarg verrutscht? Ja, der durch die Feuchtigkeit und die Nässe ist der halb zum anderen Grab. Achso. Dann wurde das abgehauen und der ganze Saft lief da dann raus, weil der da gerade mal fünf Jahre leer lag oder so. Und der Geruch alleine, das war das Widerlichste. Wie ist das, wenn ihr eine Umbettung macht? Das heißt, wenn ein Grab geöffnet wird, um den Leichnam und den Sarg eventuell, falls er noch vorhanden ist, an einer anderen Stelle zu bestatten. Hast du dann direkt auch Kontakt, körperlichen Kontakt mit den Händen, mit der Leiche? Nein, das dürfen wir gar nicht machen. Wie geht das dann? Wie macht man das? Ja, wir buddeln bis auf zehn Zentimeter da ungefähr ran, weil man weiß ja ungefähr, wo der Sarg liegt. Und dann kommt eine andere Firma, die das extra macht. Achso. Achso. Achso, das heißt also, dieser ganz schlimme, so wie ich es mir vorstellen würde, schlimme Kontakt, entsteht da gar nicht. Den habt ihr gar nicht? Nein. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, deine Freunde meinen, seitdem du auf dem Friedhof arbeitest, seist du total abgestumpft. Ja, weil es gibt ein Beispiel, ein guter Freund von uns ist gestorben und ich war irgendwie nicht traurig. Mein einziger Kommentar war irgendwie so unbewusst, ja, ich habe mir gerade sein Loch gebuddelt. Stimmte das? Ja, hatte ich auch. Hattest du wirklich? Ja. Obwohl ich es nicht wusste, weil bei uns auf dem Friedhof ist das, wir wollen gar nicht wissen, für wen. Für die Löcher machen. Hast du eine Freundin? Ja. Wie geht die damit um, dass ihr Freund den ganzen Tag auf dem Friedhof arbeitet? Also, sie sagt, sie kannte mich ja, wo ich es gemacht hatte. Ich hatte aber schon mal vor, eine Freundin, die hat deswegen Schluss gemacht, weil sie konnte da nicht mit umgehen. Die hat deshalb Schluss gemacht? Ja. Weil sie sich diese Gedanken nicht machen wollte, was du den ganzen Tag tust oder weil du vielleicht auch irgendwie Kleidung mit nach Hause bringst, die in einer gewissen Weise riecht oder so? Ja, beides wohl. Ich konnte da nicht mit umgehen so, du arbeitest auf dem Friedhof. Ja. Wenn das Friedhofgärtner wäre, dann würde es ja noch gehen, aber... Ja. Wie ist das bei dir? Gehst du gerne zur Arbeit oder ist es wirklich einfach nur so ein Job? Also, für mich ist es eigentlich nur so ein Job. Ja. Der wird gut bezahlt, weil ich habe nichts gelernt und so. Der wird gut bezahlt. Ja. Also, er wird gut bezahlt. Ja. Das ist dann ja auch schon ein wichtiges Argument. Und du hattest gerade gesprochen von dem Geruch, dass dir das einmal sehr zu schaffen gemacht hat. Mhm. Wie wird man diesen Geruch dann wieder los? Was machst du danach? Duschst du ganz lange oder rauchst du danach stark oder atmest du irgendwelche Minzgerüche ein? Gibt es da einen Trick? Also, ich kann nur sagen, was ich da gemacht habe, das war Gott sei Dank ein Freitag. Ich habe mich das ganze Wochenende praktisch besoffen, weil ich habe den Geruch wirklich nicht mehr aus der Nase bekommen. Ja. Und wenn man betrunken ist, dann geht es ja wohl. Dann denkt man da nicht dran, dann denkt man an was anderes, wenn man dann ein bisschen Party macht oder so. Ja. Schämst du dich auch, wenn du neue Leute kennenlernst und die fragen, hey, was machst du? Und du musst erzählen, wo du arbeitest? Nö, eigentlich nicht. Was nicht? Nö. Nun sagen die Leute, wie du es vorhin erzählt hast, dass du abgestumpft bist. Findest du das denn selbst auch oder findest du, dass man dich da ungerecht beurteilt? Ich weiß es nicht. Also, ich höre mir gerne die Meinung von meinen Freunden und so an und die sagen, ich habe mich mehr zurückgezogen. Früher war ich jedes Wochenende Party, Highlife oder so. Da ist jetzt vielleicht noch alle zwei Monate mal oder so. Stimmt das? Gibt es da einen Zusammenhang? Hat das mit dem Job zu tun? Ich weiß nicht. Vielleicht komme ich da bewusst gar nicht hinter oder so. Weil ich sitze lieber zu Hause. Ja. Also du würdest du für dich sagen, im Prinzip ist alles im grünen Bereich. Ich habe einen Job, ich habe nichts gelernt, habe jetzt einen Job gefunden, bei dem ich gut Kohle verdiene. Mir macht das so seelisch, psychisch keine, nicht sehr viel zu schaffen. Ist das so? Nö, ja, das Einzige, wo ich auch mal hintergekommen bin, das ist mein Humor, der aber geworden ist. Also das ist das Einzige, da gebe ich Ihnen auch recht. Ja, aber das haben ja viele Leute, das haben auch Ärzte, Chirurgen haben das. Ja. Also du spürst so bei dir weniger den Leidensdruck, als denn, dass die Leute von außen das sagen, hier da, der hat sich ein bisschen verändert. Ja, also das kommt mir von außen, also ich selber finde eigentlich nichts. Kann ja auch sein, Gunnar, dass das eine Reaktion von außen ist, die auch auf so einer gewissen Unsicherheit beruht, dass die Leute damit nicht recht umgehen können, was du da machst. Und dich dann unter die Lupe legen und vielleicht die kleinste Kleinigkeit dann in dieser Weise auslegen und interpretieren. Wenn du nicht mehr so oft in die Disco gehst, dann sagen die gleich, das liegt bestimmt an dessen seelischen Problemen, weil er im Friedhof arbeitet. Du sagst, ich habe keinen Bock im Moment auszugehen, ich bin lieber zu Hause bei meiner Freundin. Ja, nee, da rege ich drüber richtig meine Freundin ja auch. Ich bin dann lieber zu Hause für mich alleine. Achso, ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ist das denn so, ich frage dich das nochmal, dass du dann, wenn du abends nach Hause kommst, schon ein bisschen grübelst und darüber nachdenkst, was du den Tag gemacht hast, welche Menschen da bestattet sind, was für ein Schicksal die hatten und so weiter? Nee, darüber grübele ich nicht, weil ich weiß ja auch nicht, was die für ein Schicksal hatten. Hast du eigentlich selbst mehr Angst vor dem Tod, seitdem du das machst? Nein, also da hat sich nichts verändert. Hast du mal so einen Gedanke, irgendwann, vielleicht ist es noch lange hin, aber irgendwann werde auch ich hier so liegen und jemand anders muddelt an mir herum oder so? Ab und zu hat man den schon so, was passiert denn, wann? Aber ist für dich nicht beängstigend? Nö, weil ich bin mit einem Herz vieler Beruf geworden. Ja. Was ist das schönste Erfolgserlebnis in dem Beruf eines Totengräbers? Gibt es das überhaupt? Nee, Erfolgserlebnis würde ich nicht sagen. Also ich kann wohl sagen, was das Schlimmste für einen Totengräber ist. Nämlich? Und das ist immer, wenn irgendwelche Kinder oder Babys bestattet werden. Ja, ja. Also das ist immer absolut, dann braucht mich auch abends keiner anzusprechen oder was weiß ich. Also geht einem das dann schon nach, ne? Ja, weil, klingt jetzt ein bisschen der, aber andere Leute sind 80, 90, die haben dann ihr Alter erreicht, so ein Zehnjähriger hat ja aber noch nichts vom Leben gehabt. Also Gunnar, ich habe so den Eindruck von dir, dass du das schon relativ professionell siehst, habe ich den Eindruck, glaube ich. Aber man weiß ja nicht, was so in den Tiefen, so in einem rumort. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Möchtest du das? Ja, kann ich gerne machen. Gut. Dann legst du das auf und die Anna ruft dich gleich an. Ja, ich bedanke mich. Okay, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben 0800 220 50 50, das hier ist eine Telefon-Talkshow live, ausgestrahlt aus Köln vom WDR und von 1Live. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51. Nächste Anruferin ist Bianca. Bianca ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo, Bianca. Deswegen rufst du an. Was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist, ich habe einen Freund. Mit dem bin ich bereits seit über zwei Jahren zusammen. Und seine Mutter weiß nicht, dass es mich gibt. Aha. Wie alt ist der Freund? 30. 30? Ja. Und die Mama von dem Freund weiß nicht, dass es dich gibt? Genau. Warum? Ja, er hat halt wahrscheinlich einfach Angst davor. Also ich bin seine erste Freundin. Ja. Und ja, er weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Aber wenn man seit zwei Jahren zusammen ist, dann ist ja schon viel passiert, man macht viel miteinander. Sondern das heißt, alles läuft geheim. Du gehst nie mal, wohnt er noch bei seiner Mutter? Ja, teilweise. Was heißt teilweise? Ja, unter der Woche ist er woanders. Ja? Und am Wochenende ist er ab und zu bei seiner Mutter. Das heißt, am Wochenende kannst du ihn dann doch nie besuchen, wo er gerade wohnt, nämlich bei der Mutter? Genau. Nervt dich das nicht? Doch, schon. Also, vor allem am Anfang hat mich das sehr genervt, weil ich da einfach überhaupt nicht damit umgehen konnte. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich war dann oft auch ziemlich hysterisch und eifersüchtig, wenn er immer gefahren ist. Ja. Und mit der Zeit, als ich ihn eben näher kennengelernt habe und auch verstehen gelernt habe, wieso das so ist, ist es nicht mehr so schlimm. Ja. Versuche es mir und uns auch noch verständlicher zu machen. Du hast es gerade schon angedeutet oder umrissen. Was sind die Einzelheiten? Warum kriegt er es nicht fertig und sagt zu seiner Mutter hier, das ist Bianca, meine Freundin, seit zwei Jahren zusammen, wir lieben uns. Ich möchte sie dir vorstellen. Warum nicht? Ja, ich glaube einfach, weil, wie ich sage, ich bin seine erste Freundin und ich glaube, er hat einfach Angst davor, wie seine Mutter reagiert. Aber was ist das für eine Angst? Ja, dass sie ihn vielleicht verstoßen könnte oder... Eifersüchtig ist? Ja, oder eifersüchtig ist. Mhm. Oder dass er auch Angst davor hat vor ihrer Reaktion, wenn sie mich sieht. Was könnte sie denn machen? Was wäre das für eine Reaktion? Ja, dass sie vielleicht sagt, die ist total hässlich oder was weiß ich, die passt zu dir. Und ja. Er geht bei dir, bei deinen Eltern ein und aus. Ja. Ja, da ist er akzeptiert und alles ist wunderbar. Ja. Ja. Ist er das einzige Kind seiner Mutter? Nein, er hat noch einen Bruder. Älter oder jünger? Älter. Älter. Und ist das da auch so seltsam, dass die Mama da so große Macht hat? Nee, da tun wir schon weiß ich da nicht. Der hat eine Freundin oder eine Frau? Ja, der hat eine Freundin und da ist alles in Ordnung. Ja. Und gibt es auch noch einen Vater? Nein, gibt es nicht. Den gibt es nicht? Nee. Mich würde das, Bianca, wenn ich an deiner Stelle wäre, du hast ja gerade schon gesagt, dass es dich auch am Anfang genervt hat oder so, mich würde es erkränken. Mich würde es äußerst kränken und ich glaube, ich wäre sehr sauer. Bin ich auch oft. Sehr sauer wäre ich. Was ist das denn für ein Hampelmann? Entschuldige. Was ist das für ein Hampelmann? Das ist ein 30-jähriger Mann. Ein 30-jähriger Mann. Was macht er vom Beruf? Er arbeitet im Büro. Okay. Ein 30-jähriger Mann, ein erwachsener Mann, hatte Angst, der Mama die Frau vorzustellen, die er liebt. Du bist ja nicht irgendwie eine Affäre, irgendeine Bettaffäre, sondern du bist seit zwei Jahren mit ihm zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch sehr lieb habt und dass er auch sagt, dass er dich sehr lieb hat. Ja. So. Und dann hat er Angst, zu seiner Mutter zu gehen und zu sagen, hier, das ist meine Frau. Ich glaube einfach, dass er auch psychische Probleme hat. Also ich weiß, dass er das nicht böse, wie ich mache. Er leidet ja auch sehr darunter. Und ich habe ihn jetzt auch dazu gebracht, dass er auch psychologische Hilfe annimmt. Aha. Und ist jetzt seit ein paar Monaten bei einem Therapeuten. Ah ja. Und ich hoffe, dass das schon was hilft irgendwann. Was hat er denn für ein seltsam kurioses Verhältnis zu der Mutter? Bist du da mal hintergestiegen? Das muss ja dann ein irres Abhängigkeitsverhältnis sein, dass sie so die dominante Matrone da zu Hause ist. Die herrscht, eine Herrscherin ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass es einfach vielleicht schlechtes Gewissen ist. Aber warum? Jede Mutter freut sich doch, wenn ihr so ein tolles Mädel habt und glücklich ist. Ja, normalerweise schon. Ja, normalerweise. Aber vielleicht will sie ihn ganz für sich alleine. Das vermute ich auch. Und ist eifersüchtig auf, dass sie es vielleicht geschluckt hat bei dem älteren Bruder, aber er ist der Kleine. Und den will sie halt halten. Genau, den will sie halten und da darf keine Frau reinfunken und jede Frau, die da kommt, die wird mies gemacht und so weiter. Also ich halte das für hochneurotisch und ganz schlimm. Und dass er jetzt in einer psychologischen Betreuung da ist oder in einer Therapie oder was es auch immer sein mag, ist schon mal gut. Hoffentlich wird das auch da thematisiert. Weißt du das? Ja, so viel ich weiß, wird es schon thematisiert. Aber der Psychologe ist irgendwie, also ich weiß, dass er auch über mich mit dem Psychologen redet und man sollte es auch nicht unbedingt dann gleich mit mir und dass eine Psychologe schon mal gesagt haben sollte, dass ich eigentlich nur ein weiteres Problem bin von ihm. Ja, ein netter Psychologe. Fand ich auch. Würdest du da sagen, dass eure Beziehung eigentlich, abgesehen von diesem Punkt, in Ordnung ist? Ja. Ja? Total in Ordnung. Also schöne Beziehung. Auf alle Fälle. Innigkeit. Sehr glücklich, innig, Harmonie, alles. Ja, alles funktioniert auch. Also, dann muss ich schon sagen, Bianca, ich würde an deiner Stelle auch noch mehr Druck machen bei ihm. Das ist er dir verdammt noch mal schuldig, dass er da auch über seinen eigenen Schatten springt. Ich weiß ja nicht, ob es nun wirklich hochkomplexe psychologische Probleme sind, die ihn da treiben oder ob es einfach eine Schwäche ist. Das weiß ich nicht. Aber er muss zumindest etwas zeigen, dass er auch etwas bewegen will, als Signal an dich. Das darf er nicht mit dir so lange machen, finde ich. Ich habe halt einfach Angst, wenn ich mehr Druck mache, dass ich ihn dann verliere. Tja, aber was ist die Alternative? Die Alternative wäre so etwas so laufen zu lassen? Nee. Der muss das ja lernen. Vielleicht ist er auch sehr verwöhnt von seiner Mutter, dass er so ein Nachzügler-Junge ist, dem sie alles in den Hintern gesteckt hat. Ist das so? Ist er sehr verwöhnt worden? Weißt du das? Nee, ich glaube nicht. Also, er hat er nicht gesagt. Im Gegenteil, er musste schon immer viel tun. Wie ist denn das in eurer Beziehung? Ist er da auch sehr untertänig und macht eigentlich, abgesehen von dieser einen Sache, sonst alles so, was du möchtest? Oder ist das so ein gleichwertiger Kontakt? Nee, das ist schon sehr gleichwertig. Bianca, ich würde mehr Druck machen an der Stelle. Auch auf die Gefahr hin, dass das irgendwie eskaliert. Aber so kann es ja auch nicht weitergehen. Das ist sehr demütigend für dich, finde ich. Ja, ist schon etwas. Weißt du, wenn er jetzt ein sehr junger Mann auch wäre und da wäre alles so ein bisschen kompliziert zu Hause. Okay, aber mit 30 Jahren habe ich da, wenn er einiger, wenn er nicht wirklich psychisch erkrankt ist, das setze ich erst mal voraus, habe ich da null Verständnis für. Und dann muss er sich selbst in den Hintertreten und muss da selbst seine eigene Befreiungsschlacht auch der Mutter gegenüber da mal in die Gänge setzen, finde ich. Also mach mal ruhig ein bisschen mehr Druck. Okay. Ich finde es okay. Alles Gute. Tschüss, danke. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir hier? Hier ist Jacqueline, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jacqueline. Hi. Um was geht's? Wieso hast du angerufen? Mein Freund war in dem Lkw-Unfall verwickelt letzte Nacht auf der A2 bei Helmstedt. Da bin ich jetzt nicht informiert, was das genau für ein Unfall war. Erzähl mal. Das war ein Unfall mit fünf Lkw. Und der letzte Lkw ist ungebremst in Stauende gefahren. Immer dasselbe. Und ja, mein Freund stand irgendwo davor mit seinem Lkw. Also er stand nicht unmittelbar am Ende der Schlange, sondern irgendwie... Ich weiß es nicht genau. Ich habe noch keine Informationen. War das jetzt vor ein paar Stunden erst oder vor einem Tag? Vor einem Tag ungefähr. Also knappe 24 Stunden hier. Ja. Was sind denn deine Informationen im Moment, die du hast? Meine Informationen sind die, dass er in Wolfsburg im Krankenhaus liegt. Ja. Dass er einen Lungenriss hat. Ja. Gebrochene Rippen, gebrochene Arme. Hm. Eventuell Wirbelsäule noch. Hm. Und liegt im künstlichen Koma. Von wem hast du das erfahren? Äh, durch meine, ich sage mal, Schwiegermutter in St. D. Ja. Ja. Also die hat dich dann direkt informiert. Hast du ein einigermaßen gutes Verhältnis zu ihr? Ja. Ja. Hm. Weil ich habe im Krankenhaus angerufen. Ich bekomme keine Informationen. Hm. Hm. Ähm, du hast wahrscheinlich die Nachrichten dann auch intensiv verfolgt. Wie viel, gab es auch Todesopfer bei diesem Unfall? Bei diesem Riesenunfall? Ja, der Lkw-Fahrer, der hinten ungebremst rausgefahren ist, der ist verstorben. Ja. Und wie viele Verletzte sonst noch? Äh, ist unterschiedlich. Also die Fernsehsender bringt es unterschiedlich. Ein Schwerverletzer, zwei Schwerverletzte. Ja. Ähm, mit welcher Geschwindigkeit ist der hinten draufgerast, der Lkw? Denke mal ungebremst. Was fahren Lkw's? Ja. 80, 60? Das sollten sie ja wahrscheinlich zu mir gefahren. Äh, wohnst du weit von Wolfsburg entfernt? In Magdeburg. In Magdeburg. Das ist ein End weg, ne? Ja, ein bisschen schon, ja. Stunden ungefähr mit dem Auto. Ja. Äh, willst du morgen da hinfahren oder zusammen mit der Schwiegermutter? Äh, mein Schwiegervater liegt auch im Krankenhaus. Äh, und dadurch kann sie nicht mitkommen. Ja. Ich selber kann Auto fahren, fühle mich aber nicht in der Lage. Aufgrund dieses Schocks, den du jetzt auch erlebt hast? Ja. Oder generell? Ja, aber meine Freundin und ihr Freund, die fahren mich. Mhm. Morgen. Ja. 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 Ähm, wie waren denn so die, die Aussagen der Ärzte gegenüber der Mutter, äh, liegt jetzt im künstlichen Koma, das hört sich immer sehr schlimm an, äh, besteht denn eine Lebensgefahr? Also, äh, mittags war die Information außer Lebensgefahr. Mhm. Oh, das heißt, das war dann doch schon sehr, sehr heikel, ne? Wenn man sagt, jetzt nicht mehr in Lebensgefahr. Ja. Ja. Und wir haben ja nur versucht, hier jeden Fetzen von Nachrichten irgendwie zu erhaschen und wenn man denn sieht, wie er weggefahren wird auf der Trage zum, zum, äh, KT hin, also zum Krankentransport. Das hast du im Fernsehen gesehen? Ja. Hast du ihn sogar erkannt im Fernsehen? Meine Tochter hat ihn erkannt. Ui. Mhm. Hast du es unmittelbar nach dem Unfall schon erfahren oder erst vier Stunden später? Hm, später erst. Also es ist nachts um zwei ungefähr passiert. Ja. Und die erste Information von meiner Schwiegermutter habe ich so um halb neun gekriegt. Es ist wirklich katastrophal, dass man immer und immer wieder diese Unfälle hört, dass die Lastwagen hinten in Staus reinrasen. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was, was dagegen zu tun ist. Es ist nur ein Grauen. Und was dagegen zu tun wäre, liegt, ich denke mal, an der Regierung. Ja. Und an den Arbeitgebern. Ja, genau, weil die unter einem so großen Druck stehen, die Lkw-Fahrer, übermüdet fahren, schnell fahren müssen und so weiter. Ja, das ist richtig. Ich meine, man schimpft immer auf die Lkw-Fahrer, wenn, was weiß ich, ein Lkw den anderen überholt. Mhm. Aber wenn man denn so einen Trucker kennt, der schon jahrelang eben so auf dem Lkw sitzt und... Das heißt, du hast diesen Druck auch quasi hautnah mitbekommen, dass dein Freund dir erzählt hat, hier, wir stehen... Ja, wenn er morgens aus dem Haus geht um halb fünf und kommt abends um sechs wieder und fährt zwei Stunden später schon wieder los, dann... Wie lange seid ihr schon zusammen? Im Januar wären es fünf Jahre. Ja. Das heißt, du hast schon oft und immer wieder wahrscheinlich auch Angst gehabt, wenn er unterwegs ist. Ja, ich wollte sie ja schon die Polizei anrufen und hinterher schicken. Du wolltest die Polizei hinterher schicken? Ja. Weil er so müde war, oder was? Ne, weil... Naja, das ist doch alles ein bisschen gefegt bei den Firmen. Ja. Ja, das ist ein großes Thema. Ja, ich meine, da kann... Das kann eigentlich nichts machen, aber... Wenn die Kontrollen schärfer wären, dann würde es auch anders sein. Ja. So, jetzt wollen wir in erster Linie an deinen Freund denken. Ja. Und wirklich alle zusammen die Daumen drücken, dass er das übersteht und dass er das Gute übersteht und dass er in ein paar Wochen wieder gesund ist. Ja. Äh, und ihr fahrt morgen hin. Mhm. Und, äh, wahrscheinlich wird er morgen auch noch im künstlichen Koma liegen. So wie es sich angehört hat, wird er etwas länger im künstlichen Koma bleiben. Aber dennoch ist es gut, wenn man da ist und man vielleicht mal die Hände streicheln kann und einfach am Krankenbett steht. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt morgen dahin, Jacqueline. Danke. Und, äh, wirklich von Herzen gute Besserung und gute Genesung für deinen Freund. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Äh, Frank ist hier. Der Frank und der Frank ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, Frank ist hier, ja. Also, wir essen ja alles Gute der Jacqueline und gute Besserung ihrem, äh, verlobten Freund. Das hört sich ja richtig krass an, was da passiert ist. Ja. Ja. Und meine Sache ist, ähm, ich muss morgen gegen meinen ehemaligen Drogendealer aussagen. Gegen deinen ehemaligen Drogendealer? Ja. Das heißt, du hast deine ganze Weile auch mit Drogen zu tun gehabt? Ja. Ja, mit welchen Drogen? Party-Drogen, Access-C-Ambitamine. Kokain auch? Ja, Kokain nicht so wirklich. Ja. Das war nie so mein Ding, das war mir zu übel. Das heißt, du hast die selbst nur für dich konsumiert oder warst du quasi auch so ein Zwischenhändler und hast die auch weiterverkauft dann? Ich hab die, äh, überwiegend für mich selber konsumiert und hab mir halt, wenn ich, äh, mal rausgegangen bin, abends oder so, vielleicht so ein bisschen meinen Abend finanziert damit, aber nie wirklich gedealt. Ja. Wie lange hattest du Kontakt zu diesen Dealer? Äh, anderthalb Jahre etwa. Ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr aktiv etwa. Ja. Und wie ist das jetzt aufgeflogen? Ja, das war eigentlich mehr oder minder ein sehr dummer Zufall. Wir haben eine Bekannte besuchen wollen, ähm, und sie kam uns auf dem Weg zu ihr auf der Straße entgegen und raunte uns so im Vorbeigehen zu, dass wir nicht zu ihr gehen sollen, weil sie der Meinung ist, dass sie observiert wird. Mhm. Äh, er war allerdings, ähm, so, ja, er ist extrem arrogant geworden und auch in der Zeit, also sehr von sich eingenommen und sowas und die man halt so hört, wenn man sich, äh, wenn man selber sein bester Kunde ist. Mhm. Und, ja, ist halt doch mit rein und da sind wir dann erwischt worden und der hatte gerade bekommen erst und jede Menge Zeug auf Tasche. Was heißt erwischt? Ist da, äh, ist die Wohnung gestürmt worden oder was? Ja, so in etwa. Ah, ja. Und dann, wie geht das denn weiter? Die Wohnung wird gestürmt? Da kommen Leute vom SEK oder was waren das für Leute? Ja, nee, das waren, äh, Beamten zivil, das war eigentlich ein ganz normal Zufall. Die waren hinter ganz anderen Leuten her, äh, ein paar Autoknackern, die bei den Mädels vorher waren. Ja. Die waren nur da, äh, weil die kennen sich von der Schule und, ähm, die haben einen gekippt und dann waren die wieder weg. Und musstest du dann mit auf die, auf die, äh... Ich musste mit auf die Wache, ja. Du musstest mit auf die Wache, ja. Ich war auch in Polizei gewahrsam. Aber dann war relativ schnell klar, dass du nur Kunde bist und dass du deinen Privatgebrauch, äh, gekauft dort hast und konsumiert hast. Ja, so ganz easy ist das nicht, ähm, ja, hat zu dem Zeitpunkt, wo wir da erwischt wurden, also hochgenommen wurden, hat der auch bei mir, äh, ich weiß mal, residiert. Was hat der residiert? Ja, bei mir, ich hab den bei mir wohnen lassen, weil er keine Wohnung hatte. Der kam gerade quasi aus dem Gefängnis. Ach so. Aber... Aber... Und, äh, hatte keine Wohnung und ich hab ihn dann mit mir wohnen lassen, weil der hat letztes Jahr, als ich keine Wohnung hatte, hat er mich bei sich wohnen lassen. Ja. So ohne Dankbarkeit, sag ich mal, irgendwie. Ach so, das hat dann, das hab ich gar nicht verstanden. Das hat dann auch in deiner Wohnung stattgefunden. Nein, nein, das war, äh, bei einer, in der Wohnung von dem Mädel. Der hat nur halt bei mir gewohnt. Ach so, ach so. Ich hab den bei mir schlafen lassen. Das verstehe ich, ja. Ähm, morgen musst du Aussagen gegen ihn. Richtig. Ähm, wie ist dir dabei zumute? Ich hab heidenschiss. Warum? Weil ich, ähm, ja, ich hab nicht so das Gefühl, ich bin ja eigentlich fast sicher, dass im Publikum irgendwelche Leute sitzen werden, ähm, die irgendwie Bescheid bekommen haben. Pass mal auf, der Hauptzeuge, äh, merkt euch den. Mhm. Wenn ihr den irgendwie kriegt, macht was. Mhm. Äh, das ist aber nur so ein Gefühl. Ja, das ist ein Gefühl, aber ich kenn ihn halt mittlerweile auch recht gut. Mhm. Ähm, äh, wie willst du dich jetzt morgen vor Gericht, äh, verhalten? Willst du wirklich alles sagen, was du weißt? Ich will ja alles sagen, was ich weiß. Mhm. Mhm. Gab es, äh, Momente in der letzten Zeit, äh, wo du gezweifelt hast, ob du vor Gericht auftreten sollst, oder ob du die Aussage verweigern sollst, oder ob du lügen? Jede Sekunde. Mhm. Mhm. Und was hat dich jetzt dazu bewogen, zu sagen, ja, ich mach es? Ganz einfach, weil ich unter diesen Abschnitt meines Lebens endlich einen Strich ziehen will. Ich hab keinen Bock mehr da drauf. Ich will, dass es endlich vorbei ist. Mhm. Wie viele Jahre hast du, äh, Drogen konsumiert? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das ist eine sehr lange Zeit. Ich werde mich auch jetzt im, äh, im Januar, Februar um eine Therapie begeben. So schlimm ist es? Ja. Also das ist nicht runterzuspielen, mal irgendwie was Kleines gemacht, sondern das hat schon ein anderes... Ich habe über einen Fallstrom von mindestens vier Jahren täglich, äh, PEP genommen, also Speed. Mhm. Mhm. Und das hat definitiv bleibende Schäden verlassen und diese, äh, Therapie habe ich mir auch selber auferlegt. Was, was würdest du sagen, was für Schäden das hinterlassen hat? Äh, äh, starke Konsultationsschwäche. Ja. Zum Beispiel. Ich kann mir Gesichter zwar halbwegs merken, aber ich finde keine Namen mehr dazu. Mhm. Oder Paranoia auf jeden Fall. Ich sehe, äh, ich stehe irgendwo in der Ecke in der Disco oder was und, ähm, es unterhalten sich irgendwelche Leute und gucken mich irgendwie an. Vielleicht einen vorüberziehenden, vielleicht einen vorüberziehenden Blick, aber ich habe das Gefühl, die reden über mich, sowas zu machen. Ja, ja. Hast du den, den Konsum direkt nach diesem Ereignis, als der Dealer, äh, verhaftet worden ist, hast du den, äh, dann, äh, eingestellt, den Konsum? Oh, du wirst lachen. Ich habe den Konsum eigentlich erst wieder angefangen, nachdem er bei mir eingezogen war. Ich hatte da bis dahin fast ein ganzes Jahr Pause gemacht. Ja, aber dann ist es passiert und er ist, äh, gefasst worden und danach war Schluss. Danach war Schluss. Ich habe seitdem nichts mehr angefasst und ich habe auch nicht vor, nochmal was anzufassen. Ist dir das leicht gefallen? Nach zehn Jahren könnte ich mir vorstellen, dass, äh, dass es nicht so einfach geht von heute auf morgen zu sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Oh, ja, weißt du, wenn du, ähm, lange, lange damit gemacht hast und, ähm, nie was passiert ist und nach zehn Jahren auf einmal erwischt dich so ein Hammer, ähm, und du bist eigentlich sowieso gerade dabei gewesen, erleben, wieder auf die Bahn zu kriegen, dann ist das doch schon ein gewaltiges Ritt in den Internet. Ach so, ja. So, jetzt reich. Ja, klar. Du warst ja schon in der, in der, in der Phase der, der Besserung, sage ich das mal, und dann gab es diesen Rückschlag. Richtig. Ähm, was machst du vom Beruf? Ich bin, äh, momentan in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ah ja, das heißt, äh, du hast, äh, so, ganz krass ausgedrückt, auch so die letzten zehn Jahre nicht viel auf die Reihe gekriegt, wegen des Drogenkonsums, kann man das so sagen? Eigentlich gar nichts, eigentlich gar nichts. Ich bin nach meiner Lehre, die ich abbrechen musste, ähm, in diese Technoparty-Szene abgerutscht, ja. Also reingerutscht und habe dann irgendwann auch die Finger an Drogen gekriegt. Und wie hast du dich finanziert? Äh, sozialer Gelegenheitsjob. Ich habe, allerdings muss ich sagen, auch die ganze Zeit regulär gearbeitet. Ich war lange selbstständig im veranstaltungstechnischen Bereich. Ach so. Und da kommst du halt auch mehr oder weniger automatisch an Drogen. Du hast dann sechs Tage, Woche, A, 18 bis 20 Stunden am Tag. Also ich finde, ja, Entweder du bist Topathlet oder du nimmst Drogen. Topathlet bin ich nicht. Ich will dir sagen, im Prinzip weißt du das ja selbst. Sonst hättest du das nicht so weit jetzt auch kommen lassen. Und, äh, du hast es gerade ja auch so ausgedrückt. Ich finde richtig, was du gemacht hast. Ich finde auch richtig, dass du das morgen vorhast zu tun. Und ich finde auch richtig, dass du richtig, dass du vollkommen auspacken wirst. Und absolut die Wahrheit sagen willst. Ich finde es gut. Selbst auch das Risiko, dass es Komplikationen gibt, ähm, was nun nicht unbedingt sein muss. Äh, dass die Gefahr besteht natürlich, klar. Ja, die Gefahr besteht. Nicht nur morgen, sondern dass es die nächste Zeit dann auch gut geht. Ja. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du, ich meine, du bist ja noch jung genug, du hast vielleicht jetzt noch eine Chance, du hast jetzt die Notbremse gezogen, äh, noch mal, noch mal von unten anzufangen. Mhm. Ja, ich arbeite gerade auf eine Umschulung hin. Die habe ich so schon bewilligt bekommen. Ja. Äh, das heißt, dir dann mal jetzt, also quasi einen, einen, einen neuen Start zu ermöglichen für eine neue Zukunft. Ja. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen, äh, Frank. Äh, und zieh das morgen gut durch. Ja. Tapfer. In jedem Fall werde ich das machen. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr gerne reden wollt mit mir, egal über was, ruft mich an oder faxt mir unter 0800 220 50 51. Klaus, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Vielen Dank für deine tolle Sendung. Danke schön. Ich gehe heute auch zu den Leuten, die die ab und zu mal gucken. Ja. Und ich habe leider ein sehr trauriges Problem, was leider, soweit ich das also verfolgen kann, immer mehr Männer bekommen. Und zwar, es ist so, meine Partnerin, die hat jetzt vor drei Wochen ein Kind bekommen. Mhm. Und die Beziehung, ich gebe zu, die ist auch noch nicht so alt. Aber es ist euer Kind, euer gemeinsames Kind. Ja, das ist jetzt leider die Frage. Ach so. Also die hat sehr gut angefangen, die Beziehung. Wir haben uns wunderbar verstanden. Also es hat auch richtig gefunkt. Ja, wann? Wie lange läuft die Beziehung schon? Jetzt genau ein Jahr ungefähr. Ach so, so frisch noch. Ja. Ja, gebe ich zu, also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und irgendwann wünscht man sich halt auch mal ein Kind. Also das geht ja wahrscheinlich auch sehr vielen Männern so wie mir. Ja. Und naja, also es lief wirklich sehr gut. Also wir haben uns auf der menschlichen Ebene sehr gut verstanden. Wie alt ist sie? Sie ist 38. Ja. Hatte auch schon zwei Kinder und wir haben uns aber trotzdem, es ist ein Herzenswunsch, ein gemeinsames Kind gewünscht. Mhm. Und das, was ich eigentlich am meisten dran zu knabbern habe, ist, wir haben in der Anfangszeit ein sehr gutes Vertrauen aufgebaut. Also auch von ihrer Seite, wir waren beim Aids-Test. Dann, als das Kind, als sie im Januar schwanger war, hat sie mich zweimal zur Frauenärztin mitgenommen. Wir waren auch einmal bei der Feindiagnostik gewesen. Mhm. Wir haben wirklich ein super Vertrauen da. Ja. Ach. Weil ein gutes Vertrauensverhältnis da ist? Eigentlich ja, ne? Dann macht man das doch so nicht. Eigentlich, so sehe ich das eigentlich auch. Hast du sie anerkannt vorher? Nein, natürlich nicht. Weil du schon plötzlich irgendwie skeptisch warst? Naja, also erstmal wusste ich gar nicht, was das ist, weil ich das eigentlich noch nicht gehört habe. Ja. Zwischenzeitlich hatte ich mal auch hier mit dem Jugendamt hier in Berlin telefoniert. Das war ja alles ein bisschen lockerer hier in Berlin. Die sagten mir, das kommt schon mal vor. Aber dann bietet im Gegenzug die Partnerin das gemeinsame Sorgerecht an. Also wir sind nicht verheiratet. Mhm. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat mich auch vor allen Dingen, was der eigentliche Vertrauensbruch auch ist, auch nicht darauf hingewiesen, was das für Konsequenzen für einen nicht verheirateten Mann hat. Also sie hatte sich schon sehr kundig gemacht, dass sie überhaupt diese Regelung, diese Möglichkeit kannte. Ja, also... Die meisten Leute kennen das wahrscheinlich gar nicht, dass das geht. Naja, gut. Also das ist richtig. Und das finde ich eben so traurig. Und in dem Moment war also das Vertrauen gebrochen. Jetzt habe ich gesagt, so eine Scheiße, was machst du denn jetzt? Also direkt die Beziehung deswegen aufgeben kannst du ja nicht, da ist ja ein Kind unterwegs. Ja. Also habe ich die berühmte Gute-Biete zum Bildspiel gemacht und habe gedacht, na warte es mal ab, was dann jetzt noch so kommt. Also so an Bemerkungen und so weiter. Und das lief also gar nicht so gut. Und 14 Tage vor der Entbindung ist es zu einem Streit gekommen. Eigentlich ein relativ nichts Besonderes. Also das ist so, wir waren eigentlich noch nicht so gut auf die Geburt vorbereitet. Wir hatten zwar schon einen Kinderwagen und so ein kleines Bettchen, aber eigentlich wollte man noch so ein paar Möbel und so was kaufen, so ein paar Komoden für die Kindersachen. Das lief alles einfach nicht so gut. Sie ist irgendwie nicht aus der Hüfte gekommen. Und naja, dann hat sie mich aus der Wohnung verwiesen, was mich schon mal sehr getroffen hat. Weil vor allen Dingen 14 Tage vor der Entbindung verweist man doch keinen werdenden Vater aus der Wohnung. Daraufhin habe ich dann einen Brief zurückgeschrieben und habe daran gesagt, also aus dem und dem Grund, wegen diesen zwei dusseligen Bemerkungen vom Mai, hätte ich gern einen Faderschaftstest. Daraufhin hat sie dann die Beziehung beendet. Hat mir die Sachen vor die Tür gestellt. Nein. Ja, ist leider traurig. Also ich glaube, du brauchst den Faderschaftstest gar nicht. Meinst du nicht? Ja, also wie sich das anhört. Kann man vergessen, ne? Ja, also, hör mal, was ist denn das für ein Verhalten? Und vorher, vor dieser ominösen Szene da auf der Couch, hattest du den Eindruck, dass das alles gut ist zwischen euch beiden? Ja, ja, super. Das ist ja, das ist das eigentliche, was mich wirklich... Und dann kommt dieser Ausbruch, derjenige hätte sich auch gefreut, wenn es ein Kind von einem anderen Mann hätte. Genau, genau. Und damit fing es ja an. Genau, genau. Jetzt sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Wie ist der Kontakt im Moment? Der Kontakt ist völlig zusammengebrochen. Ja. Also erstmal ist es so gewesen, immerhin zu der Geburt hat sie mich sogar noch Bescheid gesagt, dass das Kind da ist. Ich bin auch in ein Krankenhaus gekommen, aber Freunde haben mir auch schon gesagt, na, das ist wahrscheinlich mehr so taktig, um mir eine lange Nase zu machen, damit du die Gefühle für das Kind kriegst und freiwillig die Vaterschaft anerkennst. Gut, dann bin ich also wieder nach Hause gegangen und dann hat sie auch wieder gar nichts von sich hören lassen. Dann kam noch ein Brief, ein mehrseitiger Brief, wo sie begründet hat, warum das sowieso mit uns nichts gibt, warum sie enttäuscht von mir ist und warum die Beziehung beendet ist. Und das hat mich also dann auch noch... Achso, und dann hat sie... Hat aber nichts in den Brief geschrieben zu dem Kind. Bitte? Hat aber nichts zu dem... Doch, 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 doch. Sie hat da hinten geschrieben, dass sie also einen Vaterschaftstest ablehnt mit der Begründung, das sei zu demütigend für sie. Ich denke mir auf der anderen Seite... Und was ist das für dich? Bitte? Und was ist das für dich, die Situation jetzt? Ich meine, das Schlimme ist natürlich... Nee, im Prinzip, Klaus, vergiss es. Das Schlimme ist ja eigentlich... Vergiss es. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass ich jetzt nicht weiß, erstens mal, ist es mein Kind oder ist es nicht mein Kind? Sehe ich es jemals wieder, sehe ich es nie mehr wieder? Das ist eigentlich die schlimme Situation. Hättest du die Variante auch vermutlich, dass es dein Kind ist und sie aber aus irgendwelchen nicht erfindlichen Gründen dich los sein will? Genau, das kann passieren. Also es kann passieren, dass sie noch mit ein oder zwei anderen Männern geschlafen hat, dass sie das möglicherweise selbst nicht weiß. Und ich finde das vor allen Dingen, das ist auch der Grund, warum ich das hier mal sagen will, ich finde das für das Kind eigentlich eine Katastrophe. Ja, natürlich, natürlich. Ich weiß gar nicht, kann man eine Mutter dazu zwingen, so einen Test? Ich habe beim Jugendamt mal telefoniert, da war ein total netter Typ dran. Der sagte, das kann man nicht. Also sie hat tatsächlich die Macht, also auch keinen Vater zu benennen. Und ich habe also bis jetzt auch noch keinen Brief vom Jugendamt bekommen. Frauen haben da viel zu viel Macht und viel zu viele Möglichkeiten. Ja, leider. Und ich habe auch noch die vereint, dass man es jetzt hier unbelebt machen kann. Ja, aber es ist so, es ist so. Es ist so, ja. Also ich finde das also schon ätzend, hätte ich auch nie gedacht. Und manchmal kommt ja das Thema hier so im Fernsehen, warum immer weniger Deutsche hier Kinder bekommen. Wenn man dann sich so eine Schicht angehört, dann kann man das eigentlich auch verstehen. Und warum auch immer mehr Männer vorsichtiger werden. Ja, du bist den Launen der Frau ausgesetzt. Genau. Absolut, ja, ja. Wenn die Grundlagen nicht stimmig sind. Was heißt das jetzt für dich? Heißt das, dass du dich jetzt zurückziehst? Ja, zwangsläufig musst du es tun, ne? Erst mal ja. Ich bin auch im Moment in ärztlicher Behandlung. Und will auch mal sehen, dass ich was beim Therapeuten mache. Gott, aber wie enttäuschend auch für dich. Natürlich. Da hast du eine Frau? Ich muss mal das sagen, ich bin 47, ich habe ja noch kein Kind, ich wollte es mal probieren. Nein, aber wenn man ein ganzes Jahr gut zusammen war und das eine schöne, harmonische Beziehung war. Ja, ich hätte es ja sonst nicht riskiert. Ja, und dann plötzlich so eine Zickerei, vor allem, wenn du das überhaupt nicht vorher geahnt hast. Genau, genau. Ja, ist so. Und ja, in dem Brief hat sie dann auch noch geschrieben, also erst mal, also sie hat mich aus der Wohnung heraus komplementiert. Also sie hat mich aus ihrer Wohnung verwiesen und behauptet also in dem Brief, ich hätte sie sitzen gelassen. Und ich habe ihr auch in dem Brief darauf zurückgeschrieben, das kann auch jetzt Rudolf Schmeider hier im Radio zuhören. Also es gibt sehr viele alleinstehende Frauen mit Kindern am Prenzlauer Berg nur, also hier in Berlin. Und ich finde das echt, das heißt dann immer, die armen Mütter, die armen Mütter, die werden von den Männern geschwängert und sitzen gelassen. Und ich möchte diese Geschichte auch mal erzählen, damit viele Leute mal sehen oder hören, wie das auch mal abgehen kann. Also ich finde das also wahnsinnig unfair und dann hat sie mir auch noch geschrieben, ich hätte sie in die Sozialhilfe geschwängert. Das auch noch, weil sie ist natürlich klar, sie kann jetzt ihren Job nicht ausüben, aber ich habe ihr natürlich auch angeboten. Natürlich ist ganz klar, dass sie von meinem Einkommen und so weiter, wenn man zusammen ist, teilhaben kann, ist für mich kein Thema. Also grundenttäuscht, die Geschichte ist gut erzählt, nämlich, wie du es gerade auch schon gesagt hast, dass es diese andere Seite eben auch gibt, die oft verschwiegen wird und die oftmals auch nicht erzählt werden soll. Weil man das natürlich nicht so darstellen möchte. Ja, zieh dich zurück, wach dir erstmal ab und vielleicht gibt es irgendwelche Fügungen, irgendwelche Bewegungen noch, dass das Ganze doch irgendwie noch zu einem guten Ausgang kommt. Meinst du, ja, meinst du, dass da noch eine Restchance ist? Also ich meine, einige Leute haben auch gesagt, dass eine Frau so zutiefst in ihrem weiblichen Stolz verletzt sein kann wegen dem Vaterschaftstest. Nur ich denke, das ist doch eigentlich kein Grund, eine Beziehung deswegen aufzugehen. Nein, das finde ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, wenn das alles wirklich gut wäre, dann hätte sie gesagt, ja okay, komm, dann gab es jetzt irgendwelche Irritationen, wir machen den Test und dann ist es in Ordnung. Und ich möchte noch was dazu sagen, das Ätzende ist ja normalerweise, ihr Kindesunterhalt, wenn die jetzt nicht weiß, wer der Vater ist. Also sie weiß, von mir kommt der Vaterschaftstest, das weiß sie. Weiß sie jetzt, dass da ein gewisses Restrisiko gibt, dann müsste, und ich kann nachweisen, dass ich nicht der Vater bin, muss sie ja den Test bezahlen. Und dann kriegt sie immer noch keinen Unterhalt. Das heißt, das Schlimme daran ist, das muss man eigentlich sich auch mal klar machen, wahrscheinlich gibt sie deswegen keinen Vater an, aus Angst vor dem Ergebnis, aber solange sie auch keinen Vater angibt, hat sie auch keinen Rechtsanspruch auf den Kindesunterhalt. Völlig, ja, ich verstehe, ich verstehe. Also das sind Sachen, ne? Das sind Sachen. Lieber Klaus, geh erstmal ein bisschen auf Distanz und vielleicht entwickelt sich doch mal irgendetwas Gutes, hoffen wir das mal. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Kerstin, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Dom, ja. Hallo Kerstin. Um was geht's? Es geht um meine Tochter Lisa, und zwar, meine Tochter ist von meinem Ex-Lebensgefährten misshandelt worden. Also von dem Vater des Kindes? Nein, 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 nein. Also ich hatte neun Lebensgefährten. Es hat aber eben halt mit der Beziehung zwischen dem leiblichen Vater und mir nicht mehr so geklappt. Und wir haben gesagt, wir trennen uns. Ja. Und haben aber gesagt, wir sind schließlich Eltern und wir sind einfach für die Kleine auch weiterhin da. Mhm. Und ich habe dann im Februar letzten Jahres über eine Partnervermittlung jemand Neues kennengelernt. Ja, wie alt? 38. Ja. Ja, mittlerweile jetzt 39. Und ja, so am Anfang war das auch alles ganz klasse. Er wusste auch direkt von Anfang an, dass ich halt ein Kind habe. Wie alt ist Lisa? Lisa ist zweieinhalb. Mhm. Und das war für ihn auch alles eigentlich überhaupt kein Thema. Und ja, wir hatten dann, wie gesagt, auch recht guten Kontakt. Zwischendurch kamen dann doch mal Streitigkeiten, wo wir dann gesagt haben, nee, jetzt ist es wohl besser, wenn wir uns jetzt erstmal nicht sehen. Und ich habe dann selber im Mai diesen Jahres den Kontakt wieder aufgenommen gehabt, wo wir auch nochmal über Heiliges gesprochen hatten. Und wir waren dann auch zwischendurch, waren wir dann auch mal bei ihm zu Hause gewesen. Also mit der Kleinen zusammen. Die hatte ich dann auch mitgenommen. Mhm. Eigentlich, ja. Du hast doch gerade am Anfang gesagt, er hätte das Kind missbraucht, misshandelt, misshandelt. Ganz schwer, auf aller Stelle. Was hat er gemacht? Ein zweijähriges kleines Mädel? Ja. Er hat, und zwar fing das Ganze eigentlich damit an, das war jetzt Ende, das war Ende August, wo wir dann nochmal zu ihm gefahren sind, für gut eine Woche. Und die Kleine gerade erst anfing so mit, ja Toilette, also selber auf die Toilette zu gehen und alles. Und das hat eigentlich, also wir haben, also ich habe es mit ihr super auf die Reihe bekommen. Und wie wir dann halt dann bei ihm waren, wir saßen auf der Couch und da hatte er sie irgendwas fragen wollen. Und da guckte sie ihn nur an, fing an zu weinen und da sagte er dann nur zu ihr, du weißt, wo gebratscht wird, wenn du bratschen willst, dann geh ins Badezimmer. Und dann ist sie aufgestanden, ist ins Badezimmer gegangen und hatte auch keine Windel an und stand vor der Badewanne im Badezimmer. Und dann hatte sie Pipi gemacht, klar, irgendwo denke ich auch aus Angst. Und dann ist er hinterher und hat das halt gewähnt. Und dann sagte er nur zu mir, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich so, was ist denn? Ja, die hat vor die Wanne gepisst und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich sage, Mensch, ich sage, Micha, ich sage, sie fängt doch jetzt gerade erst mal an. Ich sage, sie ist doch erst zweieinhalb. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Und dann hat er sie genommen, hat mich aus dem Badezimmer rausgeschickt und hat die Türe zugemacht. Und hat meine Tochter kalt abgeduscht. Er hat die unter die kaltes Dusche gestellt. Und ich habe die Tür aufgemacht. Ich sage, was machst du denn da? Ich sage, geh raus, sonst knall ich dir auch noch ein paar. Ja, das ist eine Sache zwischen mir und der Kleinen. Ich sage, bitte? Ich sage, was soll das? Ich sage, hör auf. Ich sage, was machst du denn da? Und er hat immer nur wieder gesagt, hau ab und geh raus. Und sonst haue ich dich auch noch. Und er hat mir selber also auch noch Schläge angedroht. Und ich musste und ich stand da wie gelähmt. Ich war einfach nur fertig. Ich habe nur gedacht, sie kann ja nur. Vor der Badezimmertür. Und hat die Kleine, das kleine Mädchen kalt abgeduscht. Er hat sie kalt abgeduscht. Und dann? Ja. Und dann ist er hergegangen und sie musste sich dann im Wohnzimmer auf die Decke stellen. Es war Strafe eben halt. Und dann hat sie, sie sollte dann zum Aquarium gucken. Und dann hat sie zwischendurch auch immer wieder zu mir rüber geguckt. Und dann hat er gesagt, du lässt die jetzt in Ruhe. Du reagierst da jetzt nicht drauf. Ich sage, Micha. Ich sage, Mensch, verdammt nochmal. Ich sage, lass sie doch in Ruhe. Wieso hast du sie da spätestens nicht genommen und bist gegangen? Ich hatte Angst. Ich hatte wahnsinnige Angst, weil er mir selber gesagt hat, dass er, das war länger her, da hat er mir selber gesagt, dass er Kampfsport gemacht hat und geboxt hat und er sich immer wieder auch vor mich aufgebaut hat und mir selber auch Schläge angedroht hat. Gab es da noch was Schlimmes in dem Wohnzimmer, was passiert ist? Hat er das Kind noch geschlagen? Er hat einen Schlappen genommen gehabt und hat dann immer wieder ihr ins Gesicht geschlagen. Er hat immer wieder ins Gesicht geschlagen. Und dann... Und du hast daneben gesessen? Ja, ich habe daneben gesessen und ich habe sie nicht gesetzt. Ich habe sie einfach nicht gesetzt. Weil du Angst hattest, dass er... Ja. Ich hatte einfach nur Angst, weil er mir immer wieder Schläge angedroht hat. Und jetzt ist die Kleine seit Donnerstag in der Pflegefamilie, aber ich habe die Kinderpsychologin aus der Klinik, die hat das mir ermöglicht, dass ich zwischendurch zu ihr konnte. Wie endete denn das? Er hat das kleine Kind mit dem Schuh ins Gesicht geschlagen, mit dem Schlappen und wann hört es auf? Und wie seid ihr denn da weggekommen? Es war so, dass sie freitags... Freitags ist sie... Sie hat den Donnerstag über... Sie hat nur geschlafen, sie war nur müde, sie wollte nur schlafen. Und dann ist sie freitags... Sie hat bis Freitagabend eigentlich... Nein, 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 aus der Situation. Ich sehe euch immer noch da in dem Wohnzimmer sitzen. Der schlägt das Kind. Du gehst nicht dazwischen. Wann seid ihr denn aus der Wohnung rausgekommen? Das war Freitagabend. Und zwar ist das dadurch gekommen. Wie lange dauerte das denn noch, das ganze Martyrium? Das waren gut drei Tage. Und ihr wart drei Tage bei dem in der Wohnung? Ja, wir waren drei Tage da, weil er war immer da. Er war immer da und ich hatte keine Möglichkeit, irgendwo irgendwas anzurufen, irgendwo zu Nachbarn zu gehen. Gar nichts. Und er hat mir auch immer wieder Schläge angehört. Also drei Tage und drei Nächte wart ihr in den Händen dieses Mannes? Ja. Und hat während dieser Zeit dann nochmal das Kind geschlagen? Das war, ja, im Endeffekt den Mittwoch, den Donnerstag, Gott sei Dank nicht mehr, weil sie den Donnerstag über wirklich, sie war nur müde und wollte nur schlafen. Das war eigentlich Dienstag und Mittwoch, ganz extrem. So, und jetzt sind, ich muss das Ganze erstmal richtig verstehen, Kerstin, drei Tage, nach drei Tagen seid ihr dann irgendwie rausgekommen? Ja. Wie? Und zwar ist die kleine Freitagsabend, sie ist hier aufgestanden und wollte noch was trinken und stand im Wohnzimmer an der Couch und hat sich festgehalten. Und da hat er nur zu ihr gesagt, lass mal die Couch los, weil er wollte wissen, weil sie hatte eiskalte Hände, eiskalte Füße und hat dann nur zu ihr gesagt, lauf auf der Stelle auf und ab, damit der Kreislauf wieder hochkommt und sie kann nicht so viel liegen und schlafen. Und auf einmal ist sie im Wohnzimmer einfach umgekippt. Die ist einfach umgekippt, wie so ein kleiner nasser Sack. Und da habe ich nur gesagt, ich sage, verdammt nochmal, ich sage, guck, siehst du das denn nicht? Und dann habe ich die Kleine nur angezogen und dann habe ich direkt noch in der Klinik angerufen und dann hat er... Ach, ihr seid ja in eine Klinik gegangen und er hat dem dann auch zugestimmt, er hat dich dann gehen lassen mit dem Kind. Er hat mich da hingefahren und das Schlimme an der ganzen Sache war... So, jetzt pass auf, jetzt eine allererste Frage, hast du ihn angezeigt? Er sitzt in Untersuchungshaft, aber gegen mich läuft natürlich auch eine Anzeige, weil ich nicht in der Lage war, in dem Moment mein Kind richtig zu schützen. Wer hat dich angezeigt? Und zwar war die Kripo, die war montags im Krankenhaus. Die kam dann... Das Kind liegt jetzt im Krankenhaus auch? Nee, sie ist... Nee, du hast gerade gesagt, in der Pflegefamilie, genau. In der Pflegefamilie, seit Donnerstag, ja. Und die Kripo kam dann montags ins Krankenhaus und ja, dann haben sich natürlich auch eine Aussage gemacht und der Polizeibeamte sagte, dann hat sie mir das... Gegen mich auch eine Anzeige läuft, weil ich einfach in dem Moment nicht in der Lage war, mein eigenes Kind zu schützen. Jetzt muss ich dich auch... Das erscheint mir natürlich auch irgendwo ein bisschen seltsam, Kerstin. Sage ich dir auch, wenn man drei Tage... War das eine Wohnung oder ein Haus? Nein, eine Wohnung. Das heißt, da gab es Nachbarn, unten, oben, rechts und links. Ja, richtig. Wenn man drei Tage in so einer Situation lebt und sieht, wie das eigene Kind so misshandelt wird, leuchtet es mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig ein, dass du nicht irgendetwas hättest tun können. Dass du nicht hättest fliehen können, schreien können, dass du auch vielleicht deine eigene Gesundheit hättest aufs Spiel setzen können, um das Kind zu schützen, um auf euch aufmerksam zu machen. Ich bin selber, ich bin jetzt selber auch in Therapie, um natürlich auch der ganzen Sache... Ich war in dem Moment wirklich, ich war wie gelähmt. Ich habe... Irgendwo... Mein Kopf war zu. Ich habe irgendwie nichts mehr denken können, gar nichts mehr und ich bin jetzt selber... Aber wenn man doch sieht, wenn ein zweijähriges Kind mit dem Schuh ins Gesicht geschlagen wird, dann mobilisieren sich doch alle Kräfte und wenn der Typ noch so ein Kampfsportler ist, dass man sich... Ich hatte in dem Moment nur Angst, weil er gesagt hat, dass er gewisse Schläge kann oder kennt, wo er einen auch für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen kann und davor hatte ich wirklich wahnsinnige Angst, dass er da wirklich dann so zuhaut, dass ich selber dann auch noch in der Ecke liege. Wie geht es denn der Kleinen gesundheitlich, weißt du das? Also ich habe sie, ich habe am Donnerstag, war ich auch nochmal bei ihr gewesen im Krankenhaus und sie hat Wasser in den Hirnzwischenräumen gehabt, sie hat jetzt einen Schlauch liegen und ja gut, im Endeffekt, in den Umständen entsprechend, aber sie ist so, sie weiß noch sehr viel, also von Familie und und und. Sie hat mir auch noch vieles erzählt und das war für mich irgendwo eine Erleichterung. Also du hast jetzt einen irren Ballast auf dir, einmal das Unglück, dass das Kind weg ist, dann das lechte Gewissen, dass du irgendwie sagst, ich hätte vielleicht doch was tun müssen, aber ich konnte doch nichts tun. Genau. Und du hast jetzt auch noch die Anzeige am Hals. Mhm. Hast du Leute, die dir helfen? Im Moment eigentlich niemanden. Aber du müsstest wirklich jemanden haben, egal ob du, wir wollen die Schuldfrage erstmal ganz zur Seite schieben. Ich will darüber auch nicht urteilen. Im ersten Moment klingt das vielleicht so ein bisschen, aber wir können uns alle nicht vorstellen, in welcher Not du warst und vielleicht auch in welcher Todesangst du da gelebt hast. Ich will darüber nicht urteilen und das steht uns, glaube ich, auch nicht so zu. Ich finde es sehr wichtig, dass du Unterstützung und Hilfe kriegst im Moment. für all das, was da jetzt um dich herum geschieht. Und deswegen möchte ich das Gespräch jetzt in der Öffentlichkeit hier abbrechen. Und möchte gerne, dass du darüber ausführlichst, mit meiner Psychologin Anna jetzt redest. Danke, gerne. Ja, das machen wir. Das halte ich wirklich für ausgesprochen wichtig. Dankeschön. Kerstin, du legst auf und die Anna ruft dich gleich zurück. Alles klar, okay. Okay, alles Gute. Silke, 24 Jahre alt. Halt, wo ist sie? Hier ist sie. Hallo Silke. Ja, hallo. Hallo Silke. Um was geht es bei dir? Ja, und zwar hatte ich vorhin gehört, dass es auch um Unfälle ging in der freien Sendung und ich bin in meiner Stadt tätig in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Aber erst seit zweieinhalb Jahren. Und vor vier Wochen war hier auf so einer, ja Stadt kann man ja fast nicht sagen, auf einer kleinen Straße hier war ein schwerer Unfall. War auch in den Medien. Und zwar war das ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Jugendlichen, 1920 und 1921 und die sind bis auf der hinten saß, also Fahrer und Beifahrer sind komplett verbrannt. Und hinten, der hat also noch aus dem brennenden Fahrzeug lebend gehangen, als sie ankam. Und es wurde zwar vorher noch versucht, den rauszuziehen von den Ersthelfern vor Ort, die da, die Anwohner, die da gewohnt haben. Und du warst mit so einem schweren Unfall zum ersten Mal konfrontiert. Genau. Und du hast das dann wirklich ganz nah miterlebt und musstest selbst auch mit zupacken und handeln. Ja, handeln nur indirekt, weil ich in zweiter Reihe stand, weil wir waren zwar wenig Leute, aber die, die wirklich noch nicht so lange bei der Feuerwehr waren und wir waren viele, die nicht lange in der Feuerwehr waren bei dem Einsatz, die sollten eigentlich nur in der zweiten Reihe agieren. Ja. Aber man kriegt schon vieles mit. Dennoch hast du alles gesehen, ne? War denn eigentlich gleich klar, dass die beiden vorderen Insassen schon verstorben waren? Sah man das? War das so eindeutig? Ja, weil das waren nur noch die blanken Schädel. Beifahrer und Beifahrer. Was sicherlich, wenn man das zum ersten Mal sieht, auch ein ungeheuer schlimmer Eindruck ist, nicht wahr? Ja, aber ich hätte es mir, hört sich vielleicht blöd an, viel schlimmer vorgestellt. Viel schlimmer fand ich halt, dass der hinten noch lebend raushing. Ja, weißt du was, was aus dem Jungen geworden ist? Ja, der ist noch am selben Abend verstorben. Der ist auch noch verstorben. War er bei Bewusstsein noch, als er raushing aus dem Auto brennend? Wir spekulieren nicht. Also er hat wohl noch geschrien, aber das kann wohl auch unter Ohnmacht gewesen sein. Was hat dieser Eindruck und dieser Einsatz jetzt mit dir gemacht? Kannst du das sagen, mit deinem Empfinden, mit deiner Psyche? Dass ich, da die alle unter Alkoholeinfluss standen, für so Leute keinen Mitleid empfinde. Oh, so hart urteilst du. Ja, mir tun die Leute leid, die halt helfen mussten und nicht helfen konnten, weil die Leute müssten sich im Klaren darüber sein, wenn ich mit Alkohol fahre, was passieren kann. Trotz der Schwere, auch der Schwierigkeit dieses Einsatzes, sagst du, ich mache das auf jeden Fall weiter, auch wenn ich vielleicht irgendwann mit noch grauenhafteren Bildern konfrontiert werde. Ja, viel mehr Grauenhafteres gibt es ja kaum. Also es gibt schon was, aber das war schon mit das Schlimmste. Ich habe übrigens hohen Respekt vor Leuten wie dir, die ihr solche Arbeit leistet. Und ich glaube, man muss schon doch seelisch sehr stabil sein, um gar nicht aus der Bahn geworfen zu werden, wenn man so etwas erlebt. Ja, das stellt sich ja noch aus. Also bis jetzt verpacke ich das eigentlich ganz gut. Es sind erst vier Wochen her, ne? Ja, genau. Jetzt ist leider die Sendung vorbei, Silke. Ja, sehe ich schon. Aber du bist dennoch dran gekommen, worüber ich mich freue und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen auch alles Gute und viel Kraft für diese Arbeit, die du da leistest. Ja, dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Gundelblendin. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ab 0 Uhr könnt ihr auch morgen wie immer bei uns anrufen, unter der bekannten Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Tschüss. 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 Vielen Dank.